Lift! Hm, hallo Leute! Äh... Keine Ahnung... Maa... 60 FPS... Geht ja noch! Zeit für ne Runde schlechtes... Richtig schlechtes Aim von mir! Boah, ich kann nie mehr rein! Alter, der Typ soll mal seine Fresse halten, der geht mir jetzt schon um den Sack! Ich hab was, der da? Ja... Mann, jetzt war ich zu lang! Ja... Richtig! Ich war nicht, wenn du jetzt furcht! Mein Bruder liegt neben mir! Sitz neben mir! Steht neben mir! Ach, was auch immer! Steht so nicht rein, hier? Am Arsch! So wie wenn ich jetzt meine Hand auf Tastatur leg, ne? Das ist unnormal, Mann! Ja, das ist total unnormal! Alter! Ich warte, ich versteh das nicht, aber ist ja egal! WTF! Ich fang mal so fucking Butsche! Dann still den Headset, Lauter! Alter! Alter! Ja, Nupet Glitcher! Nupet Glitcher! Du bist ein Nupet Glitcher! Alter! Alter! Das ist meine Option, Junge! Steuerung! Ich wollte sie auf 8! Danke! Guck mal, bei dir läuft das sogar weg! Mein Gott, komm nicht von hinten, du Lappen, Alter! Ja! Scheiß, Mutti! Kann sein! Auf die Beine! Ja, richtig schlecht bin ich! Schlechter geht's gar nicht! Bitte nicht lachen! Oder wundern! Und FICK DICH! Ne! Doch, es ist eine Probe! Es ist keine Probe! Natürlich ist das nur Probe! Nicht! Haha, du Arsch, Junge! Nimm dich! Mama! Fick DICH! Das ist best ever! FICK HIER! Voll in den Arsch! Selbst schuld, wenn er da läuft! Wir haben die Kontrolle verloren! Was? Lade doch nach, du Idiot! Boah, kein Bock mehr, Alter! Der kommt immer nur von hinten! Eck, leider low, ey! Was ist mit dir? Wenn er nochmal was von hinten sagt, weiß ich, was ist so... Auf die Beine! Bewegung! Immer von hinten! Sag mal, wie lange hält denn diese scheiß IMP? Mein Gott, du Fick Fehler, Mann! Knife doch nicht! Schwuchtel, Alter! Du bist so... Ja! Genau, Leute! Habt ihr das gesehen? Habt ihr diese schwulen Menschen gesehen? Ja, Fick DICH! Halt die Fresse, Nock! Wir gewinnen nicht diesen Gampf! Dann heißt halt deine Mutter und der hat sich richtig schön einen in den Arsch gekriegt! Ja, aber ordentlich! Misch! Nock! Ach, ich hab noch gesagt... Ich hab noch gesagt... Ich hab noch gesagt... ... die Drohne, näher zu mir! Ich hab noch gesagt... ... die Drohne, näher zu mir! Warte, da waren zwei von dir! Scheiße! Schmerzt doch! Hm! Kriegsmaschine eingesetzt! Bewegung! Oh mein Gott! Scheiß LMG, du! Oh, ich bin hier den Haufen ausgezogen! Sag mal, hast du irgendwelche komischen Störungen, oder? Ja. Du langst in den Mund, um Haare rauszuholen! Vor allem liegt mit der Habe Hände, schon wieder viele Schwänzeblutsche, oder was? Kannst du nur aufhören, deinen Ellenbogen in meinen Hals zu stecken? Dein Hals ist zwar laufend, den hier weder von meinen Personen entfernt. Der hat die Patrolle verloren. Den habe ich einen Pfeil in Flucht geschossen. Eigentlich. Na, Scheiße. Ey, ich werde mit beiden. Abgeschossen! Und was ist die unterenste Pace-Aufkarte? 20. Zehn. Wir haben die Kontrolle über dem! Aus der Bewegung! Wir haben den Fondteil verloren! Wir haben den Fondteil verloren! Schön für dich. Kannst dir ja auf den Eisbracken reden. Warum stirbt er, wenn ich den Pfeil gerade schieße? Finde ich uncool! Ich würde gerne wissen, aber ich möchte mich einladen. Ihr seid nicht gewesen. Junges Ding! Ja, hörst du dann gleich, wenn die Aufnahme vorbei ist. Ist nicht mehr lange. Ich sehe nur noch 4,5 Kilometer. Davon werde ich 10 Stück sein. Danke! Von 15 Kilometer bis 20 Kilometer. Weiß, ich habe dir nur noch mal nichts passiert. Das ist doch scheiße! Ja, das ist total scheiße, Hüro! 10 Minuten sind die Grenade geworfen! 10 Minuten sind die Grenade geworfen! 10 Minuten sind die Grenade geworfen! Wurde! 11 Minuten sind die Grenade geworfen! Ich habe nur den stetssten Scheißgeier! Ich bring dich so rum! Du gehst mit! Wo hin? Sterben! Auf dem Jenseits! Ich hab dich! Maaann! Ist es tot? Kann man was essen? Ich habe schon zwei Haarrausen-Mut geholt Leute hört es euch an, er holt sich Haarrausen-Mut, aber ist eigentlich bescheuert im Kopf! Ja, Auftrag für den Lohr Hat man das noch gehört? Ich denke schon Nein, weil ich hier nicht die ganze Beurzelzüge habe Zieh ihn aufgeschaltet Nein, lol Ja, total lol Ja Ah, 3 bis 12, du Bro Ja, nur mit der Armbrüste Nimm das mal zu Herzen, nur mit der Armbrüste, ne? Und das kann halt nicht jeder, ich bin halt so schlecht dafür Oh sofort Stop es jetzt! Ja, und das weiß ich ja wieder, ne?